Die Sieberaner Blaskapelle spielt zum 64. Internationalem Eisenbahner Esperanto-Kongress am neu benannten Joachim-Gießner-Platz auf. Meine Damen und Herren, und zwar nicht nur unsere Gäste über die Eisenbahn hier in Herzberg, sondern viele Herzberger, das freut mich ganz besonders, sind heute hier. Wir haben eine der besten Gruppen der Region extra für Sie eingeladen, um für uns Musik zu machen. Ich bin immer wieder begeistert, wie schön es klingt, wenn Sie spielen. Also hervorragend. Unsere Sieberaner, allerdings wenn Sie in die Runde gucken, das sind nicht nur Sieberaner, die kommen aus der ganzen Region, üben unheimlich viel. Und ich muss immer wieder sagen, gern bin ich Gast bei Ihnen, um zuzuhören. Kleinen Applaus für unsere Sieberaner. Kleinen Applaus für unsere Sieberaner. Kleinen Applaus für unsere Sieberaner. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Spenden Sie Speckwursti. Boris Konschorek, Sparkasse Osterode, Bankleitzahl 263 510 15, Kontonummer 16 000 6441. Untertitelung. BR 2018